Jasmin, verrat uns mal, was hast du denn da gefangen? Das ist Xucca Light. Das nimmt mein Vater einmal zum Süßen für seinen Kaffee, denn es schmeckt und sieht genauso aus wie Zucker, aber hat keine Kalorien. Ich mische mir Xucca Light immer mit Zimt und esse ihn dann über einen Milchreis, denn es ist auch besser für die Zähne als normaler Zucker.